Und weil es so schön war, gibt es noch einen Versuch. Jetzt haben wir ein bisschen mehr hier. Oh, wirklich! Das sieht schon mal anders aus. Und die Nummer 10 rückt da auch Kimberos, der Geizkran. 34, nehmen wir natürliche Geld. Na bitte, geht doch! Du musst immer erst meckern hier. Mann, 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 no! So, dann schauen wir mal, ob es jemand gibt. 5 zu 3 Spiele, Attacke! Sind dein Ernst hier? Das ist ja für die Katz. Ja, keine Blaulichter. Was soll das werden, wenn fertig ist? Na so ein Schweinskraut. Tja, gibt es doch nicht. So, dafür drücken wir jetzt. Bäh! Ja, damit! Mima Mighty Dragon. 2 Euro Einsatz. Neun Freispiele. Mal gucken, ob der Brache kommt. Das ist der erste. Da brauchen wir noch zwei im Idealfall. Oh, es kommen, du Knauserbeutel. Jawoll! Nummer zwei. Vielleicht ist der dritte heute auch noch drin. Das ist der dritte. Ja, das ist der dritte. Ja, das ist der dritte. Ich bin der dritte. Das war toll. Und eins haben wir noch, macht er nicht, dann lässt er bleiben, ganz einfach. Das wäre natürlich ein leichter auf 150, ne? Warum drückst du da? Ja, 8 Euro haben wir da nicht, ne? Hat geklappt, ne? Ja, hat geklappt, ne? Ja, bam, ey, kriss. Ja, damit. So, schauen wir mal, ob hier noch etwas zu holen ist. Das ist doch nicht so weit hinten. Sollen das? Sollen das hat ja nicht. Und die Nummer 10. Oh, 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 oh. Jetzt gibt es noch oben drauf. Trinken wir nicht mehr, dann bleibt es bei 104. So, schauen wir mal, hat es hier schön entjippt. Was können wir uns denn heute machen? Nehmen wir mal nicht, Kasper. Jetzt gucken wir mal, ob er drin ist. Zwei. 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 Naja, haben, nicht haben. Nehmen wir natürlich auch noch mit. Und hier mal eine Runde, Dragon's Treasure. So, gehen wir mal ein bisschen bescheidener ran. Nehmen wir mal nur das A. Schadda! Ah, fünf werden auch cool. Nur bis drei. Mehr gibt es nicht, sagt er. Und hier mal eine Runde Zipper. Zwei Euro. Mal schauen, was das wird hier. Woja, woja! Woja, woja! Woja, woja! Drei dazu. Sehr schön. Das sieht bei Action Games aus. Das sieht bei Action Games aus. Drei dazu. Drei dazu. Drei dazu. Drei dazu. Da, Drei dazu. Drei dazu. Drei dazu. Drei dazu. Sehr schön Sehr schön Sehr schön Das war's für heute. Man, das könnte ja noch richtig was werden. Sehr schön. Sehr schön. Ja, dann müsste ich schon ein paar mehr davon sortieren. Mal gucken, ob wir noch ein Hütchen kriegen in der nächsten Runde. Das wäre cool, wenn wir mal drei drin fliegen würden. Und es gibt kein mehr. Da macht er zu bei 20. Kassensturz. Na ja, nehmen wir das Yild natürlich. Sehr schön. Und wir schauen mal hier eine Runde rein. Zwei Euro Einsatz. Na los, dring dich mal an. So wird das aber nicht hier. Wahnsinn. Das haben wir uns aber anders vorgestellt. So, dann schauen wir mal was hier bei rumkommt. Vier Euro Einsatz. Los geht's. Oh, wow, 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 wow. Das sieht nicht gut aus. Das ist nicht gut aus. Eieieiei. Der große Wurfer ritt ja natürlich wieder mal nicht. Schade, schade, schade. Jawoll, zwei Schiffchen. Sauber. Richtig nice. Richtig nice. Richtig nice. Richtig nice. Richtig nice.